Für das aktuelle Heft habe ich mich noch einmal mit dem Amazon Fire TV auseinandergesetzt. Diesmal geht es nicht um die Vorstellung des Geräts an sich, sondern darum, wie man an dem Amazon App Store vorbei Anwendungen auf das Fire TV installieren kann und so beispielsweise das Kodi Media Center darauf bekommt, was einem einige Vorteile ergibt, kann ich gleich nochmal darauf eingehen. Grundsätzlich muss man dafür erstmal in den Einstellungen die Entwickleroptionen aktivieren und zwar das ADB Debugging anschalten und vor allem Apps unbekannter Herkunft erlauben. Dann kann man mit Tools wie ADB Fire Inhalte übers Netzwerk direkt auf das Gerät draufspielen. Kleiner Nachteil dabei ist erstmal, dass man sie nur hierüber starten könnte, also in den Einstellungen Anwendungen alle installierten Apps verwalten und jetzt könnte man hier seine Apps starten, zum Beispiel Kodi, also dieses eben erwähnte Media Center. Das ist halt ein bisschen umständlich. Da gibt es also dann einen Trick zum Glück. Es gibt nämlich neben Kodi selbst und anderen Apps, die man jenseits vom App Store installieren kann, den sogenannten Fire TV Launcher. Das ist ein Programm, das einem eine alternative Oberfläche zur Verfügung stellt und da tauchen dann nicht nur die vorinstallierten oder aus dem App Store installierten Anwendungen auf, sondern auch diejenigen, die man dran vorbei installiert hat, sodass man hier halt eben einen praktischen Launcher hat. So, um das jetzt noch schöner zu machen, kann man den hier oben einbinden durch einen Trick, wie das geht, erkläre ich im Artikel. Das ist jetzt hier ein bisschen zeitaufwendig. Und dann hat man nicht mehr diesen umständlichen Weg, den man nehmen muss, sondern kann halt hier direkt den Launcher starten. Über Fire TV kann man jetzt sehr bequem das Kodi Entertainment Center starten, das einem sehr schön ermöglicht, diverse Videoformate abzuspielen, die im lokalen Netz vorliegen. Also nicht direkt irgendwie über die USB-Schnittstelle von dem Fire TV, aber immerhin aus dem lokalen Netzwerk. Wenn man da einen UPnP-Server oder andere Server hat, kann man damit darauf zugreifen, einfach raussuchen, speichern und dann hat man dann alle seine Medien im Zugriff. Das funktioniert für alle gängigen Videodateien, die auch sonst Android-Sticks oder Boxen abspielen können. Darüber hinaus kann man dann natürlich zahlreiche Add-Ons für diverse Videodienste auf dem Fire TV installieren. Wer den Fire TV Launcher nicht verwenden will, kann auch eine Universalfernbedienung für iOS oder Android verwenden. Da gibt es das Wukong TV Remote, eine kostenlose App chinesischer Herkunft, die auch ab und zu chinesische Schriftzeichen ausspuckt. Aber das ist in der Regel nicht so schlimm. Das meiste ist selbsterklärend. Hier sieht man die gerade. Darüber kann man einerseits die Fire TV Funktionen wie über die Fernbedienung steuern, außer die Spracheingabe. Was aber besonders charmant ist, es gibt hier unten ein kleines Knöpfchen. Darüber kann man auf eine Schnellstartleiste kommen. Wenn man da drauf klickt, kann man zum Beispiel auch wieder Kodi und andere Apps, die man jenseits vom App Store installiert hat, starten. Alle anderen natürlich ebenso. Eine weitere nette Funktion von dem Wukong TV Remote ist, dass es eine Maus-Emulation gibt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm aus dem App Store nachinstalliert habe, das sich nicht mit der normalen Fernbedienung steuern lässt, wie zum Beispiel WatchEver. Dann kann ich in einen anderen Modus schalten. Das ist hier der dritte Eintrag. Kann jeder mit chinesischen Grundkenntnissen super lesen. Und schon hat man eine Maus-Emulation, mit der man auch in Bereiche kommt, die man sonst nicht nutzen kann. Warum die hier manchmal so ein bisschen hakelt, das liegt jetzt daran, dass wir hier gerade im Firmennetzwerk sind. Wer in einem normalen WLAN zu Hause ist, hat dieses Problem in der Regel nicht. Ja, das soweit zu den Erweiterungen fürs Fire TV. Da sind nicht viele Grenzen gesetzt. Manchmal ist ein Problem, dass Apps abstürzen, weil sie einfach nicht für TV-Auflösung gedacht sind. Auch da kann man tricksen, aber das springt jetzt hier den Rahmen. Das ist ein Problem, dass Apps abstürzen, weil sie einfach nicht für TV-Auflösung ist.